Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Minecraft. Also wir kommen mit unserer Bude ziemlich weit. Dann will ich mal weiter gucken, was wir noch so weitermachen können. Was können wir eigentlich mit... Löwenzahn... Ja, was ist so... Wir fahren, um Wolle gelb zu färben. Ach, wir wollten ja Dingsbums machen. Deppisch, deppisch. Und wo ist der? Ach, hier... Da. Da. Den tu ich noch mal abbauen. Genau. Den brauchen wir... Woll ich hier hin? Nein. Komm da hin. So. Wir könnten ja... Also wenn wir den Eimer irgendwann mal haben... Ich weiß nicht, kann man auch mitten... Ohi, ich komm jetzt... Doch. Ich wollte gerade sagen, wenn ich da rankomme. Ach, das finde ich jetzt nicht so... Ähm... Mache ich den Boden mal zu? Eiei... Warte mal... Können wir... Können wir im Haus... Weizen züchten? Würde ich da unten Weizen reinwerfen? Warte mal... Mal ausprobieren... Ist egal, ob's geht. Wir haben ja genug... Wir haben ja genug... Wir haben ja genug... Ach so... Weizensamen... Eins... Ein... Dschungel... Baum... Dschungelbaumsetzlinge... Birgensetzlinge... Weizensamen... Mal gucken, ob's geht... Wäre nicht, das ist auch nicht schlimm, aber... Das geht wahrscheinlich nicht... Das brauche ich... Ne, gut dann... Es regnet... Es ist dunkel... Nö, ich geh nicht raus... Ich brauche anständige Waffen... Dann geh ich auch raus... Dann geh ich auch raus... Ach, ich finde das Spiel cool... Kann auf Ackerboden gepflanzt werden, um Getreide wachsen zu lassen... Achtet darauf, dass es genügend Licht gibt... Damit die Pflanze wächst... Warte mal, wir können doch... Warte mal, hier war das Loch... Hier war das Loch... Dann müsste ich doch einfach... Hier... Ganz da oben... Hm... Weiter oben... Ah, ich komm doch gar nicht... Dann mach ich's zu... Dann mach ich zu... Das Loch... Dann mach ich so... Da... Dann mach ich's halt nicht... Dann mach ich hier noch... Das, dann mach ich's... Weil ich will schauen, dass es einheitlich aussieht... Weil ich will schauen, dass es einheitlich aussieht... Die Wand weg... Kommt komplett Steinmauer hin... Damit das alles... Gleichmäßig aussieht... Wenn das so bra... Braune... Flecken sind... Dann... 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 Da... Dann... Dann... Ja... Das... wir könnten mal mal brennstoffes weg ist super naja vielleicht weil es gerade verbrannt wird deswegen ist es vielleicht weg könnte sein naja jetzt haben wir mal holzkohle die man irgendwann mal braucht kann man apfel brennen aber warte mal nee das war jetzt wieder ein fehler meinerseits so da wir haben doch diese falltür mal gucken was da steht wird durch verwenden dagegen schlagen oder mit ist aktiviert funktioniert wie eine normale tür ist ist einmal ein block groß und liegt flach auf dem boden falltür brauchen wir doch auch wo ist es jetzt ach da so 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 auch da hinten siehst du den da oben am berg der ex was jetzt hallo habe ich die weg gemacht jetzt ist die penne da drüben da drüben ist einer wohl jetzt das x ist da ist glaube ich einer schnell weg schnell weg scheiße also falltür ist doch ich habe hier vier falltür werde ich vor der tür was bauen und dann wenn da es ist wirklich auf weg so flipp die wubs fliegen die rein hört sich klasse an nein mach so hallo macht sie zu zu das werde ich machen aber erst wenn wenn sie wieder tach ist ich mache jetzt nichts ich will nicht habe ihr Amen. So. Oh, es ist immer noch ein Tag hier. Dann esse ich mal... Ne, ich brauch's... Mal gucken, wo dieser Penil... Entschuldigung. Wo dieser... Depp ist. Würde gern mal weiterbauen. Der kommt eh nicht hier hoch, oder? Der geht mir so auf den Geist. Hier hin, ihr könnt eigentlich auch eine langkommen. Eigentlich. Wieso kann man jetzt nicht... Hallo? So. Wenn wir jetzt hier... ... ... Ah, nee, das klappt nicht. Das... Rein! Hoch! Nicht! Jetzt hab ich die Falte da hingebaut. Wie krieg ich... Komm! Jetzt hängen da ein Pfeil dran. Ja. 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 Ja da! Nein! Warum ist der ein Mitten in der Weg hin? Jeding. Jeding. Wie geht das näht? Oder vielleicht, warte mal, vielleicht ist das ja besser. Machen wir hierzu. Das ist, glaube ich, viel besser, als das mit der Tür. Wenn du runterläufst, hast du dir direkt die Tür dir vor der Nase. Vielleicht nicht so toll. Aber so, wie es jetzt ist, ist, glaube ich, super. Ich meine, so war es vorher nicht. Also das hier kann ich auch nicht wegmachen. Nein! So kann man es ja nicht lassen. Ich habe Schiss, das hier... Warte mal, ich baue hier das mal zu, weil jetzt geht es ja. Und dann baue ich da noch... Dings hin. Habe ich Glas noch? Ja, sieben Stück. Ich baue das Glas und dann mache ich wieder ein... Gott. Nicht dahin. Ach, ich brauche hier mal sein. Das schreibe ich. Ich... So,